Mein Name ist Dr. Matthias Bender, ich bin 59 Jahre alt und Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie hier an der Klinik Bad Winsheim. Die Klinik ist als Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zertifiziert seit 2017 und war das erste Endoprothetikzentrum, das in Mittelfranken zertifiziert worden ist. Unser Schwerpunkt in der Klinik liegt in der Endoprothetik für Hüft- und Kniegelenke. Wir operieren Primäreingriffe, septische Eingriffe, Wechseleingriffe und seit 2020 haben wir die Möglichkeit, auch Roboter assistiert operativ tätig zu werden. Ich selbst bin ausgebildeter Chirurg, Orthopäde und Unfallchirurg und spezieller Unfallchirurg. Was ist für mich wichtig in unserer Patientenversorgung? Einerseits, dass wir hochwertige Implantate verwenden können, andererseits, dass wir das Konzept der schnellen Genesung oder Rapid Recovery verwenden. Das bedeutet, dass die Aktivität unserer Patienten möglichst erhalten bleibt. Wir versuchen unsere Patienten unmittelbar nach der Operation schon zum ersten Mal im Aufwachraum wieder auf ihre eigenen Füße zu stellen und die ersten Schritte machen zu lassen. Auch im weiteren Behandlungsverlauf werden Sie keine Kabel oder weitere Zugänge an sich finden, sondern Sie sind sehr schnell sehr mobil. Wenn alles gut läuft, sind Sie eventuell sogar in der Lage, unser Haus ohne Unterarmgehstütze nach wenigen Tagen wieder verlassen zu können. Ergänzend hierzu können wir seit 2020 die Roboterarm unterstützte Chirurgie anbieten. Wir benutzen hier den Roboter von Marco Stryker. Berufsbedingt hat sich die Vielzahl meiner privaten Hobbys deutlich reduziert, vom aktiven Volleyballer und Skifahrer hin zum jetzt noch Wanderer. Und ich mag gerne ältere Fahrzeuge, Oldtimer, die faszinieren mich und ich darf auch einfahren. Wie soll ich jetzt so machen, wie soll ich die Sonne O argung einladen? Wie soll ich jetzt einfach eine Kabel oder Skifahrer hinbekommen? Ich habe Zeit nicht mehr, wie soll ich den Kabel oder eine Kabel oder eine Sorge verabschutzung machen. Untertitelung des ZDF, 2020